selbes liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal es ist regnerisch der september nähert sich dem ende es wird bald oktober und was heißt das ja es wird herbst und außerdem steht ein neuer monat im handelsposten zur verfügung zumindest ab dem ersten oktober blizzard hat mir bzw uns jetzt schon mal die items zur verfügung gestellt die in den handelsposten kommen werden ab dem ersten zehnten und ich würde sagen wir gucken die uns in diesem video an ich kann nur schon mal sagen ich finde den monat richtig richtig stark und ich war sonst zuletzt immer ein sehr großer kritiker des handelspostens dementsprechend es lohnt sich dran zu bleiben genauso lohnt es sich zu abonnieren falls ihr das noch nicht getan habt mittlerweile sind wir bei immer noch paar und 60 prozent der zuschauer die nicht abonniert haben mir hilft das enorm weiter damit ich diese arbeit neben meinem hauptjob neben privaten verpflichtung und so weiter machen kann also wenn ihr weiter videos sehen wollt dann bitte sehr gerne abonnieren und damit rein ins spiel tatsächlich ist ganz nett warum auch immer das hat kündigt auch schon mal an dass wir für den november sparen sollen aufgrund des 20 jubiläums von wo wb weswegen wir diese setteile für klassen zurückkommen also das hatten wir tatsächlich ja schon letztes jahr also oder die gab es letztes jahr erstmalig wer darauf bock hat der sollte tatsächlich dann sparen aber es sind halt diese dinger die nur aus drei teilen bestanden helm schultern und gürtel die fand ich jetzt nicht so sick naja gucken wir uns auch noch mal in einem extra video an ich wollte es nur der vollständigkeit halber gesagt haben denkt dran handelsposten findet ihr jetzt auch in dornogal nicht nur okrema und sturmwind und jetzt kommen wir zum sortiment als erstes haben wir ein mount die hand von reschkigal sehr sehr geiles mount dieser handemounts gab es damals in shadowlands gab glaube ich vier oder fünf stück davon insgesamt auch über torgast und den schlund der einen waren schwieriger zu bekommen als die anderen aber die models an sich fand ich sehr 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 cool wer damals nicht gespielt hat natürlich ist es ein recolor aber es sieht extrem geil aus ich feiere dieses mount ein sehr sehr schönes mount deswegen ran da an den speck kostet 750 devisen dazu gibt es die rußgeschwärzte schieferschwinge das ist allerdings kein mount sondern ein pad für 200 händler devisen ähm weiteres mount welches gibt es das schnelle zevra das ist wer hätte es gedacht ein zebra in world of warcraft war damals glaube ich mit die allererste belohnung die es für das werbt einen freund system gab und das ding kostet nur 550 devisen ziemlich cool ziemlich altes oldschooliges mount also wer da drauf steht wird hier sicherlich gefallen dran finden und ja allein hier für zwei ziemlich coole mounts wie ich finde nur 1300 devisen ist ein sehr starkes angebot für mount sammler wir haben dazu noch mal zwei sonnenschirm spielzeuge die hatten wir auch schon 30 mal drin das sind die dinger die ihr dann aufklappen und mit denen ihr durch die luft segeln könnt ohne fallschaden zu erleiden ist auch ganz nett wer die noch nicht hatte kann sie sich jetzt noch mal in anderen farben holen finde ich ist eine gute sache ein sehr geiles transmog passend zu halloween ensemble zerlumpte erntegolem damit orientieren sie sich natürlich so ein bisschen an heuschrecken sage ich schon na wie heißen denn vogelschrecken so rum halloween mäßig aber auch ein bisschen an diesen erntegolems die es eben in world of warcraft gibt ich finde dieses teil sehr 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 geil dazu gibt es dann auch noch ein paar neue sahen so boots hässliche stiefel gibt es in weiß und schwarz es gibt umhang wir haben diesen normalen wappenrock in einer farbe wir haben diese vagabunden kluft die aus kopf und rücken besteht also das kennt man ja schon zur genüge und das ensemble hier was ihr oben seht kostet 800 händler devisen bestehend aus kopf schulter brust taille beine füße hände rücken und um also umhang finde ich sehr sehr geil passt thematisch richtig gut rein und es sieht meiner meinung nach sehr sehr schick aus also wie gesagt ich bin diesen monat was den handelsposten angeht sehr sehr zufrieden da sind ein paar coole sachen dabei kommen wir zu den waffen transmogs gefiederter bogen der nacht ich finde der sieht auch ziemlich geil aus dazu passend zu diesem ernteschnitter gedöns erntegulem gibt es diese faustwaffe diese wenn ihr mal darauf geachtet hat die waffen fäuste der erntegulems sehen auch so aus also ihr könnt euch theoretisch mit einem char der faustwaffen tragen kann ein richtig saftiges erntegulem cosplay machen sehr sehr geil dazu gibt es so ein bisschen zauberstäbe schildhand einhandexte streitkolben alles so ein paar sachen die wir schon hatten und die monatsbelohnung ebenfalls richtig geil der tiefenpierscher ja sieht wie ich finde sehr 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 geil aus ich finde dieses quallen model sehr nice ist halt wie gesagt die monatsbelohnung dafür müsst ihr 1000 händler devisen gesammelt haben oder müsst die 1000 dinger im reisetagebuch vervollständigt haben ist auch hier ein recolor aus sereth mortis damals hieß das ding tiefenstern aurelit hier könnt ihr euch angucken das war das mount was es damals in sereth mortis gab war ein rare drop und dementsprechend ich glaube das war sogar gar nicht so leicht zu bekommen wenn mich nicht alles täuscht man kann damit fliegen und ja es ist ein relativ unikes mount also es ist eine qualle ja aber mit dieser kugel sereth mortis kugel da mittendrin das gibt es nicht so oft und dementsprechend ein wie ich finde sehr 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 schickes mount also sehr guter monat für mount sammler wie ich finde sehr geiles transmog dabei ich kann nicht meckern sehr schöne monatsbelohnung am ende also ja das ist ein guter monat für den handelsposten würde ich mal sagen schreibt mir eure meinung dazu gerne in die kommentare und damit dank fürs zusehen bis zum nächsten video und reingehauen